Jutti, dann haben wir das zumindest auch die Mission, dann können wir ja schon die nächste wieder angehen. Aber wir haben zwei Fertigkeitspunkte im Moment, die möchte ich gerne mal ausgeben. Ja. So, Waffen. Was haben wir denn hier? Oh ja, dann machen wir das mal mit. Erinnert an eine Handfeuerwaffe, brauche ich jetzt gerade erstmal nicht. Überleben. Ja, Bewegungstempo, mehr Ausdauer, Regeneration. Gehen wir mal die mal mit. Fertig. Ich habe meine Punkte ausgegeben. Ich bin noch dabei. Alles gut. Dann müssen wir wahrscheinlich zurück nach Airborne, ne? Damit wir diese nächste Mission annehmen können, oder? Mh. Wir müssen aber gucken, ob wir was Kleines finden. Da wir jetzt noch circa 20 Minuten haben. Das heißt, es wird für diese Session die letzte Folge werden. Die jetzt quasi läuft. Ja. Jetzt geht's sofort weiter. Alles ist gut, wie gesagt. Wenn du Zeit brauchst, nimmst du dir erstmal heute Zeit. Alter. Bin ein bisschen verschlupft. Mhm. Hauptsache, der hat ja nur offene Bärenfalle irgendwie im Schrank liegen. Dabei hätte ich glaube, die ist gesichert. Die kann, glaube ich, nicht so einfach zuschnappen. Sollte zumindest nicht. Du könntest Schmerz aufhören, wenn du im Dunkeln auch irgendwas tastest im Regal. Oh, krass. Was hier für Folterinstrumente liegen, weißt du? Ja, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Weißt du, woran mich das gerade so ein bisschen erinnert? Kennst du die Mission bei GTA mit Töver? Wo du den Typen foltern? Wo du dann die Foltermethoden aussuchen musst? Hier ist irgendwo schon wieder die Drohne unterwegs. Mit der Autobatterie und so? Äh. Ich höre sie jetzt gerade nicht. Muss ich sagen. Ja, nicht zuhaut, die Drohne. Wo ist sie denn? Ich sehe sie eigentlich. Wo kommt die denn her? So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Ach, hier links nicht. Hier links nicht. Hier links nicht am Motorrad. Nee, kurz nicht am Motorrad. Hier sind aber noch Minimum zwei Typen an irgendeinem Fahrzeug oder so. Ja, also wie kommen wir jetzt am schnellsten zurück zu unserer Mainbase? Schnellreise geht nicht. Mach da einfach nichts. Schnellreise. Auf die Beiß drauf in der Schrift. Schnellreise. Ich würde halten. Runden auf der Karte. Da ist ja auch so ein Zahn, so ein Dings. Ich bin schon unterwegs, wieder zurück. Ja, warte. Gehst einfach auf die Base, drückst du unten, alles nix gedrückt halten. Dann geht der auch schnell Reise. Ich muss nur erstmal die wiederfinden. Irgendwo unten, äh, unten mit dich. Das ist ja, wird ja eigentlich angezeigt. Also so ein weißes Kreis-Symbol drüber. Ach da. Ich komme einfach zu dir. Na, ich brauche noch 20%. Jetzt bin ich in der, in der Höhle. Jetzt müsste es eigentlich zu mir kommen können. Ja, der Weg von der Insel macht jetzt erstmal noch keinen Sinn, wenn wir die Insel noch nicht komplett abgeschlossen haben. Die würde ich erstmal in Ruhe abschließen, bis wo ich da, Herr Power, bis wo die nächste angehen. Ja, du weißt ja gar nicht, ob das, ob das überhaupt klappt. Das kann ja auch eine Story-Motion sein und am Ende sagen, passiert irgendwas. Kann ja alles passieren. Natürlich, wir wissen es halt nicht. Also keiner von uns kennt irgendein Gameplay von dem Spiel. Wir wissen halt nicht, was auf uns zukommt die nächste Zeit. Das wird wahrscheinlich auch wieder so möglich, wahrscheinlich möglicherweise so ein unendlich Ding. Aber schauen wir mal. Aber ich glaube wohl, irgendwo wird es eine bestimmte Story-Ende geben. Mal schauen, was passiert. Also, würde ich sagen, gehen wir die Mission mal an, oder? Die Weg von der Insel finden? Ja. Wenn du das machst, okay. Dann machen wir das doch. Wenn wir die Zeit dafür noch haben. Ich weiß ja nicht, wie lange die geht. Das kann ich noch nicht. Also, da müssen wir sie halt abbrechen. Ansonsten machen wir erstmal was Kleines. Das wäre jetzt der Planer-Sache gewesen. Man kann auch was Kleines machen, klar. Wenn du was hast. Ich gucke gerade. Wir haben noch, um unser Zeitplan einzuhalten, eine Viertelstunde. Gehen wir einfach mal da hin. Machen wir hier weiter raus. Hier heißt die Mission. Gut. 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 Der MGMer-Text hat gerade Schlamme im Gesicht. oh guck mal, es ist düster vielleicht der Heli ist weg ja, den haben wir ja geflogen oder du jetzt die ist aber schwammig, die Steuerung mit dem Ding warte mal kann man hier nicht den Weg sehen, wie man da hinkommt können wir auch nicht zusammenfahren einem, geht das nicht? ja, muss ich mal gucken, ob es geht nee, geht nicht sonst müssen wir halt oben warten dann nehmen wir hier ein Auto, dann können wir zusammenfahren oh ja, das wäre total gut weil wie gesagt, ich finde die Dinger irgendwie arg schwammig oh, warte, warte wieder runter, das ist die falsche Richtung super ist immer gut ich nehme den direkten Weg ich rutsche erschöpft so, auf geht's ich versuch's mal hier lang ja, ja zeig uns, wo's lang geht jetzt wieder welche Feindpräsenz rechts und beziehungsweise links und fallen wahrscheinlich genau mit durch oder was ich hab keine Ahnung, ich hab nichts gemerkt zweite gute Idee ist genau, alles ruhig da kommen wir schon vorbei weiter 4 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 5 6 3 das ist eine gute idee vom auto weiter zu fahren also ich bin ausgestiegen na ja ich folgte gerade kurz wasser noch füllen wir gerade hier sind ich glaube hier geht nicht hier, ich versuche es mal hier lang, hier geht es gut da vorne kommen auch noch mal gegner drei stück hast du gerade geschossen? ja gerade irgendwas pass auf da wo du gerade liegst ist nicht so eine ganz gute idee von oben kommt auch noch das flugzeug was ich noch mal angemerkt habe ja ich wurde es gerade auch ziemlich rot markiert Hilfe Drohnen Ach man okay vielleicht war es doch nicht so gut das mit dem schießen war keine gute idee nicht immer schießen aber wir sind noch hier oben das ist gut nein du bist schon wieder weit als ich denke oh ich dachte ich wäre noch im ladebildschirm das war doch das oder? nee wir hatten der die müssen raus hier das auto was gerade an uns vorbei ist ist feindlich na so viel können wir jetzt eh nicht mehr machen wir haben jetzt noch 10 minuten vielleicht nachdem da kommen wieder Leute auf uns zu drei kommst du? geht auch zu Leute machen wir auch gut du solltest vielleicht erst mal deine Dingsfeder drauf machen deine ja ja ich hatte die falsche Waffe machen wir jetzt das da vorne mit dem Flugverbot und dann naja machen wir so das schaffen wir noch und dann ja müssen ein Laster finden auch ganz schön große Basis wieder ganz schönes Donnerwetter ja bisschen Feindpräsenz brecher Nahkampfeinheit Raketenschütze bitte auf da sind Raketenwerfer dabei 2 3 4 da ist noch einer ruf bei Alarm pass auf den Funker der da irgendwo ist der muss sollte eigentlich ziemlich als erstes fallen äh wenn der am Wind bekommt dass wir da sind ruft der Verstärkung Scharfschütze hier oben ich will den Scharfschützen was da ist ein Scharfschütze müsste eigentlich der angezeigt werden der da oben ja hinter dem komischen äh Schornstein der ja da läuft das im Funker guck mal dass du dem ich komm jetzt nach vielleicht schon ausgeschaltet bekommst wenn der nämlich wie gesagt wo ist der ist markiert eigentlich da wurde komisch da ist viel markiert äh ja etwas weiter links von dir du musst da rum ist das der ist das der mit dieser mit diesen Strichen drüber ja 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 genau mit dem Megafon quasi da hab ich die haben zwar was bemerkt aber die wissen halt noch nicht dass wir es sind ja super ist auch so kotzen wo bist denn du äh quasi immer noch ich hab dir mit der Drohne ausgespielt und hab mir direkt in den Pfosten gerannt schon viel viel weiter ja du bist schon im ding so jetzt naja der Posten war direkt neben meinem nimmer gesprungt jetzt bin ich bei dir ich hab dir da gesehen worden ach da meine Fresse jetzt ich das hasse wenn die sich bewegen wenn du schießt genau die weg wie gesagt die sind zwar im Alarmzustand aber die wissen nicht was wir es sind aber jetzt kommen welche auf dich zugelaufen ne ja ja egal zu spät schon was stimmt das nach da oben ja ach der braucht erst mal fünf Jahre bis der aber warte ich bastel erst mal eine neue Waffe oder so bis die während der Gegner vor dir sind ich lieg nämlich schon am Boden ich hab hier drei Gegner um mich rum jetzt haben sie mich gefunden naja die drei die jetzt vor dir stehen die haben mich auch geholt wie gesagt meiner schon nachzuladen bastelt jetzt mit sich ne neue Waffe oder so gefühlt hä ich bin tot aber ich gucke mich hoch oh ok so wollen wir es nochmal angehen einmal versuchen wir es noch und dann aber ansonsten lassen wir es ok so Untertitelung des ZDF für funk, 2017